Hier befinde ich mich in der schönen St. Kilian Katholische Kirche in Suhl, in Suhl in Thüringen. Und wir haben hier eine freie Vorbereitung. Man muss erst die Klappe aufmachen, dass man hier überhaupt an den Spieltisch kommt. Das hier ist fest. Es gibt hier eine wunderschöne Violine und Zartflöte. Wir gucken mal mit der Violine an. Gehen wir mit der Zartflöte weiter. Gehen wir mit der Zartflöte.